Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 6. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1095. Heute mit den folgenden Themen. Spotify, Fritzbox 7530 AX, Steve Jobs Top 10, Huawei, Matebook 14S und 16, Nascam und ein Leitfaden. Ich starte gleich mit Spotify und wieder mal mit einer Thematik des Podcastens. Hier hat man nämlich neue Features, Mikroseiten und neuen Inhalt eingestellt. Zum einen findet ihr bald die Möglichkeit, mit Finde den einen einen neuen Podcast zu entdecken. Bitte vergesst deshalb den Daily hier nicht. Aber darüber könnt ihr, wie gesagt, neue Podcasts entdecken. Egal in welche Kategorie ihr euch interessiert, ob Comedy, True Crime, was auch immer. Über eben die Finde den einen will Spotify euch andere Podcast-Formate zeigen. Ich bin da mal sehr gespannt, ob das sich auch auch für die kleinen Podcasts auswirken wird und oder ob da wieder nur die grossen davon profitieren. Bei Spotify ist das leider eben meistens der Fall. Dann gibt es neue Podcast-Features über Anchor. Sofern man den Podcast über Anchor, also eben Spotify, ausliefert, kann man neue Umfragen und Question & Answer-Feature mit dazufügen, um den Podcast-Hörer und die Hörerin besser einzubinden. Das Ganze funktioniert dann aber, wie gesagt, natürlich nur bei den sogenannten Spotify-Shows, also nicht bei Podcasts generell. Dann gibt es auch einen neuen Vodcast, dick und doof. Wer sich dafür interessiert, in den Shownotes habe ich einen Link hinterlegt, wo ein bisschen mehr dazu steht. Als nächstes habe ich euch auch in den Shownotes auf daily.diktok.co oder im Podcast Catch-Reus Vertrauens. Einen Link hinterlegt zu meinem Testbericht zu der AVM Fritzbox 7530 in der AX-Version, die bald bei meinen Eltern stehen wird, sobald ich mal dazukomme, die bei ihnen auszutauschen, respektiv dahin zu gehen und das Ganze einzusetzen. Gestern war ein trauriger Tag, denn es war der zehnte Jahrestag des Todestags von Steve Jobs und dafür hat Apple ein Video gemacht, das richtig emotional und richtig eindrücklich wieder mal ist. Solltet ihr unbedingt anschauen, wenn ihr dann möchtet. Wie gesagt, die Links sind immer in den Shownotes dazu hinterlegt. Auch hat Apple, und dann bleiben wir gleich noch beim Hersteller, die Top 10 Podcasts rausgehauen, deren ihr ein Podcast-Abonnement geben könnt. Apple hat ja die kostenpflichtigen Podcasts oder die Podcasts, die zusätzlichen Content oder den kompletten Content über Bezahllösungen angeboten haben, ausgegeben und dabei eine Top 10-Liste verpasst. Wer hätte das gedacht? Das sind vor allem amerikanische Geschichten mit dabei englisch sprechenden Podcasts bis auf den Podimo Deutschland, obwohl ich nicht ganz genau weiss, was der da macht. Ich dachte Podimo die Plattform, aber die haben auch einen eigenen Kanal, wo sie dann ihre eigenen Formate zusammenwürfeln. Wahrscheinlich ist auch da der ein oder andere Deutschsprachige dabei. Ich muss mich da mal ein bisschen umschauen. Auch gab es eine zusätzliche Top 10-Liste mit den Kanälen, die kostenfrei sind. Und auch da viele, viele, viele und fast ausschließlich nur englischsprachige Podcasts. Wen verwundert bei der globalen Liste über die ganze Welt verteilt. Weiter geht es mit dem Huawei MateBook 14s und dem Huawei MateBook 16, welches Huawei gerade vorgestellt hat. Ausgestattet logischerweise mit Windows 11 kommen die Rechner raus. Mit neueren, besser aufgelösten Screens, 90-Bild-Wiederholungsfrequenzrate, was mir sehr gut gefällt. Sie behalten das 3 zu 2-Format am Display weiterhin treu. Super deutsch wieder mal, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es gibt grosse Speichermöglichkeiten, 16 GB RAM und ihr könnt, und das gefällt mir, via Schnellladefunktion innerhalb von 15 Minuten 3 Stunden Betrieb wieder reinbringen. Klingt alles nach einer sehr geschickten Erweiterung oder Erneuerung. Ich nutze das Teil ja fleissig zum Podcasten, also der Vorgänger davon. Google hat neue Nest Cams rausgehauen. Nein, nicht ganz neue. Vorgestellt wurden sie ja schon länger. Die beiden, die Tür und den normalen Google Nest Cam haben sie ja schon vor circa zwei Monaten rausgebracht. Dazu kommt nächstens auch der Testbericht im Blog Online. Das Video zu beiden gibt es ja schon. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes für diejenigen, die noch möchten. Was sie jetzt rausgebracht haben, ist die Version der normalen Nest Cam, die erweitert wurde mit den beiden Streulampen oder Fernlampen, womit man dann eben den Aussenbereich auch in der Nacht mit Licht begleiten kann und somit ein bisschen mehr zu sehen bekommt und für potenzielle Einbrecher auch einen gewissen Abschreckmechanismus hinterlegen kann. Dann hat Apple vorgestellt und zwar den Leitfaden zum Programmieren für Lernende ab der Vorschule. Das Ganze gibt es kostenlos als PDF. Den Link dazu werden wir natürlich direkt in den Shownotes ergänzen. Diese sind für jegliches iPad logischerweise zu gebrauchen und damit können eben Jugendliche, Männlein und oder Weiblein sich in das ganze Thema einarbeiten. Ich gebe es meinen Mädels mal weiter und hoffe natürlich, dass sie ein bisschen was dadurch lernen, umsetzen werden oder vielleicht auch noch neugieriger werden. Wir werden es sehen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.